Schön, dass ihr da seid. Wir kommen jetzt in den Bürokomplex in Half-Life. Wir machen weiter. So, oh! Okay, da darf ich nicht durchgehen. Schon verstanden. Uh, ne Kaka-Lake. Oh, da liegt Munition. Warte mal. Das ist nur ein Outro für YouTube. Das ist nur ein Outro für YouTube. Warum bin ich gestorben? Und natürlich ein Intro für YouTube. Ja, sterbt ihr da ruhig mal alle. Ich will die Munition. Also, ja, kommt ihr mal her? War ich zu langsam vielleicht? Warum bin ich hier gestorben? Ah, okay. Muss ich... Ich glaube, ich muss es gleich kaputt machen. Irgendwie... Irgendwie. Ha. Aber vorhin bin ich doch hier. Gib mir deine Munition. Oh! Kommt man da nicht hin? Ist das ein... Ein Bait? Könnte das ein Bait sein? Ja, stirbt mal jetzt an dem... An dem Rotor, bitte. Komm. Okay, ich sterbe da einfach. Dann nehme ich mir nur die eine Munition. Dann ist es halt so. Okay. Ja, ich darf nur die eine nehmen. Ich wollte schon wieder beide haben. Wollte schon wieder beide haben. Wo geht's hier lang? Oh! Den hätte man vielleicht retten können. Ah, ich habe ihn gerettet. Nice. Hey! Warum lassen Sie mich hier? Also, dann los. Ich halte Sie auf, nicht wahr? Jetzt meine ich bleibe hier. Noch eins. Ein Teeschlag von dieser Größenordnung ist unwahrscheinlich. Muss ich hier lang? Ah, den Strom ausgemacht. Jetzt komme ich... Jetzt komme ich da hinten durch. Okay. Jetzt kann ich auch hier wahrscheinlich... Ah! Guck mal! Erst den Strom ausmachen, dann dahin gehen. Alles klar. Ey! Lass mich da durch. Ich weiß nicht, wie kritisch das mit der Munition hier ist in dem Spiel. Ja. Ähm... Ah, da kriege ich Stromdamage. Oh, 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 oh. Ja, 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 okay. Ja, nicht aufstehen am besten. Ah, da fallen ein paar Dinger in diese Ventil... Okay. Oh! Kann ich... Die Tür ging ja nicht auf, ne? Ja. Ich vermute mal ganz stark, man soll hier lang. Oh, wie die einen anhüpfen und jedes Mal schaden. Oh, shit. No! Stop! Ich will da hoch. Huah! Huah! Ne. Hm. Irgendeine niedrigere Kiste oder so. Habe ich die jetzt kaputt gemacht, die niedrige Kiste? Ich will mich heilen. Äh. Ich glaube, das... Oh, okay. Hallo. Hallo. Mach dich bestimmt gut in meiner Trophäen-Sammlung. Jo! Ah, Freeman. Wie ich sehe, stecken Sie auch in diesem Schlamassel. Äh, ja. Ich kann nur hoffen, dass die Jungs im Landerlabor die Sache hier unter Kontrolle kriegen. Ich auch. Oh, je. Nein, nicht beide. Oh, Mann. Jetzt habe ich ein Midi-Pack. Kann ich das irgendwo auswählen? Nee. Ist einfach... Habe ich jetzt halt. Wow! Wow, 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 Leute! Ich höre überall Geräusche. Aua! Kann ich mal was anderes als eine Pistole kriegen, bitte? Ich will mich nicht mit einer Brechstange hier durchprügeln müssen. Okay. Oh, Gott. Uh-oh. Oh, Gott. Ich weiß nicht mal, wo ich hingehe. Oh, Gott. Nein. Oh, Gott. Mach auf! Heilung! Der kommt mit? Nice. Hey, wo bist du? Komm mit! Hey, ohne mich weiter. Nein! Alles klar. Ab durch die Mitte. Aua! Hey, wo ist er? Er soll mir doch helfen. No, 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 no. Hey! Ja, komm halt! So, schieß ich mal ab da! Danke! ja da sind noch welche super da ist noch eins danke leere gänge was no ah danke mit 3 hp um die ecke da gekommen ne ok die dinger heilen 40 ich brauche munition ach man dass man für dieses für dieses für diese brechstange auch kein badenkreuz hat vermute mal dass ich diesen schalter da umlegen muss für irgendwas keine ahnung oh ne granate huh huh munition yes ein bisschen jedenfalls und dort no wer das ding da nur hin und her da oben oh das ist ganz schön das ist gar nicht ohne ey gucken wir erstmal so munition ich brauche dich ha das ist jetzt doof das ist sau doof jetzt habe ich schon wieder nur acht leben jetzt habe ich schon wieder nur acht leben oh nein oh da war noch eins sonnenmist ich soll nach oben sagt er ne ja der eine bin ich hier unten ok wir gehen nochmal hier lang ich guck mir das nochmal an springst du hehehe erwischt ah noch eins ach verdammt oh da wäre so ein fadenkreuz so wichtig ne ok die ist mal ein bisschen besser hier durchgekommen nice reman wer hätte gedacht dass sie noch am leben sind wahnsinn man schaue sich nur mal diese merkwürdigen zeichen an zeichen was für zeichen das sind viecher äh äh geht's hier jetzt nirgends weiter bin ich falsch könnte ah moment aha ok ähm wiii wie interessant wiii wie interessant ha 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 die da die wer da die 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 Oh, Mann! Hat das Ding mich erschreckt. Oh, Mann! Okay, ich habe Shotgun-Munition, aber ich habe keine Shotgun. Ich hoffe, die Shotgun kommt gleich. Ah! War das eine Shotgun? Nee. Diese Sprinterei, ne? Man muss dann wirklich Shift drücken, dass man ein bisschen langsamer wird. Wo ist die Shotgun? Leute, ihr könnt mir hier nicht Shotgun-Munition droppen und dann keine Shotgun. Wo komme ich jetzt raus? Ja, Jungs. Aber da vorne war noch eine Leiter. Dann gucke ich mir jetzt mal die Leiter an, die da vorne noch war, weil... Das stimmt ja irgendwas nicht. Die Pistole reicht mir zwar vollkommen, aber eine Shotgun wäre cooler. Bist du noch am Leben? Nee. Ah, die Leiter, die führt nirgendwo hin. Ach, okay. Wow. Ins nirgendwo. Shotgun? Keine Shotgun. Hm. Hm. Ah! Hilfe! Diese Sprinterei. Hahaha. Endgegner sprinten. Ah! Die Lampe hat Akku. Okay. Okay. Der sich auflädt. Okay. Hallo. Ein Kollege Wissenschaftler. Gehen Sie keine Sorge, ich bin Arzt. Ah, ja. Heil mich. Ich werde warten. Mehr davon. Ah, hier bin ich. Ach, okay. Wow. Jetzt bin ich hier. Ihr hättet mir auch vorher aufmachen können. Ganz ehrlich. Irgendwas in den Kisten? Nee. Du? Mitkommen. Okay. Die Aufzüge funktionieren nicht. Aber wir können immer noch klettern. Ah, Mann. Das ist aber auch eine blöde Position von den Dingern. Hilo, grüß dich. Hi. Er. Schon wieder. Jetzt geht er wieder. Und? Wow. Was? 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 Was ist hier los? Ah. 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 Geil. Ne Shotgun. Mach auf. Oh, fünf Granaten. Yes. Und wie benutze ich die Medi-Packs? Die sind einfach benutzt, glaube ich, ne? Damals mit 14 im Laden mit Erlaubnis meiner Eltern geholt. Nice. Cool. Ich durfte sowas früher nicht spielen. Äh. So. Jetzt haben wir hier ein Problem. Muss ich jetzt da echt rüber hüpfen? Nee. Oder doch? Ja, doch. Sieht so aus. Let's go. Yes. Ja, ja. Ich rette dich. Der fällt runter, sobald man oben ist, ne? Oh. Ups. Doch, die Dinger haben mich gerade geheilt, die ich da gesammelt hab. Die hab ich doch eingesammelt. Die haben mich geheilt, um... ...ein kleines bisschen... Oh no! Oh Gott, ich hasse diese Steuerung. Dass der immer rennt. Ah, unnötig. Komm. Granaden. Jawoll. Immer am Rennen. Guck. Die Dinger. Die heilen einen. Habe ich aufgesammelt. Ja, ach so. Kann ich die, die ich mitnehmen? Huah. Diesmal... ...versuche ich... ...schneller zu sein. Oh. Aber er fällt wahrscheinlich jedes Mal, sobald man hier hinkommt. Ja, ja. Huah. So, und nun? Hallo? Ich muss doch da irgendwie... Aha. Machs Loch auf. Feind in Sicht. Und damit... ...haben wir noch eine kleine Folge... ...für YouTube fertig. Danke fürs Einschalten und... ...bis zum nächsten Mal. ...bis zum nächsten Mal.